Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wir sind zu langsam, wir sind viel 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 zu langsam, oh ich glaube, ich habe Angst, dass wir auf den Berg zu fliegen, ich glaube, ich würde so einen Jobs kaufen, kurzum, der Antrag wird, äh, der Antrag auf Verbreitung des Fernsehböckens Drachenlord im Internet abgelehnt.